Ja, eine Frau, höre ich, ja, abgestürzt 200 Meter, ja, im Gebirge war es, ja, das ist ja so lustig, ja, ja, die Frau, die Frau, ja, ja, war im Gebirge, wirkt mich wahr, wollte ein Futter machen, ja, 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 kommt der Wolf daher sogar, Ja, und dann sprang sie 200 Meter, ja, in die Tiefe, ist doch klar, lieber 200 Meter fallen, ja, und Maus ist tot, und aber der Wolf kann mich nicht fressen, ja, 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 so ist es, ja, auf der Alm, ja, ja, wenn ein Wolf Hunger hat sogar, Wolf, Wolf wird immer fressen, ja, frisst doch alles wunderbar, Ja, der Wolf, der Wolf, der frisst doch nur, die Tiere, die man so fressen kann, ja, wenn die anderen was zu schnell sind, die kann dann nicht erfressen, ja, aber, aber die Frau, ja, ja, wollte ein Futter machen, ja, komm ein Wolf daher, dann sprang sie bitte sehr, 200 Meter tief in den Graben, ja, 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 Bevor er sich fressen wird, Leventik, ist doch klar, dann sprang sie lieber 200 Meter, ja, in die Tiefe, ist doch klar, dann ist sie Maus wie tot, ja, dann kann der Wolf auch fressen, ja, 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 der Wolf, der Wolf ist da, keiner darf ihn jagen, ja, Ja, der Wolf, der Wolf ist ein großes Tier, ich sage immer, sowas brauchen wir nicht hier, ja, ein Wolf, ein Wolf, ein Wolf, was macht denn da der Wolf auch, ja, brauchen wir den Wolf? Nein, 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 das ist doch klar, aber paar verrückte Leute, ja, die glauben, der Wolf muss her, denn der Wolf ist, ja, das Tier, was wir brauchen, ja, nein, nein, den Wolf brauchen wir ja gar nicht, ja, der soll woanders bleiben, ja, soll man ihn entschläfern, ja, oder soll man lieber abschießen, ja, den Wolf, der Wolf brauchen wir auch nicht, nein, 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 wirklich nicht, ich bin froh, dass ich einen Wolf sehe, ja, wenn ich einen sehe, habe ich Angst sogar, darum sage ich immer wieder, ja, der Wolf gehört ausgerottet, ja, lieber keine Wölfe, ja, dann kann sowas nicht passieren, ja.